PSN-Code trägt ihr am schnellsten und besten bei VGO-Shop, ja. Die günstigsten Codes im Netz und am schnellsten auch noch, ja. NUTZT N-A-G-K-P-A Für Rabatt. Link in der Beschreibung. Yo, servus Leute. Was geht ab? Mein Name ist Benji. Willkommen hier zurück auf No-Head-Gaming. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Auf meinem Kanal habt ihr eingeschaltet, genau deswegen. Heute gibt's Kürtelbestrafung, Freunde. Für den Verlierer dieses Pack-Battles. Wir haben 30 Player-Picks am Start. Ich hoffe, die werden ein bisschen saften. Lasst einen Daumen nach oben da. Checkt die Folge bei Bossio, außer da haben wir auch was aufgenommen. Wir haben eine kleine Überraschung für euch als dritter Link in der Beschreibung. Ne, als zweiter Link. Zweiter Link in der Beschreibung. Jungs, checkt ihn ab, sonst gibt's fünf Jahre lang Dünnschuss. Der Bock hat, checkt den Link ab, wenn ich, denn ich. In dem Sinne, ich würde starten. In dem Battle hier. Danach der Verlierer kriegt Gürtel auf dem Oberschenkel. Das ist klar. Oder auf die Eichel. Inform plus zwei, Tots plus drei, Icon, Blitz, K.O., Abfahrt, Erna, Xing-Chang-Chong, Xing-Chang-Chong. Du fängst an. Ich fang an, let's go, und ich lege direkt mit einem Inform los, Freunde. Stark. Mit einem 84er. Ist in Ordnung, wir haben... I'll take that 84. Damit bin ich schon, äh, zumindest deinem nächsten Pick durch. Ja? Aha. So, komm, Spielerwahl, gönn einfach 87er. Danke dafür. Fred. Mein Name ist Fred. Ich hab überall auf Twitter und YouTube, äh, auf Twitter und Insta gesehen, wie der Leute krankes Zeuglern gezogen haben. Ja, ich auch. Ich, äh, nicht. Vielleicht, vielleicht erinnert sich das heute. 88. Skrr, skrr. Thank you very much, Digga. Das wird... Schwierisch. Also, ich brauche... Also, ganz ehrlich, einfach so ein Drecks 89er-Tots oder sowas. Bitch, ist doch mal hier oben. Einfach so 89er-Tots. Back am Bogen. Freunde, ich sag's ja echt ungerne, ne? Aber der Petking von uns beiden bin nun mal the one and only me. Digga, nichts investiert und trotzdem rasiert. Leica. Boss. Yeah. Oh ja, Digga. Nimm du mal den Gürtel. Jetzt wird er jetzt weiter sein. Bringt Pech. Komm schon. Tots. Ah, okay. Komm schon. Hier, Leber-Buttland. Links Leber-Buttland ist immer blau. Digga, ich fühle mich ein bisschen wie bei SN. Komm, wir gehen Gassi. Hör auf. Komm schon, Gürtel-Pack. Das ist mein Kostüm nachts. Digga, gleich der Controller kaputt. Ah, ja. Richtig. Ach, Digga, 88. Das ist nämlich nur ein Inform gewesen. Das war ein fucking 86er-Inform, Alter. Das ist schon... 86er-Inform. Alter. 88 zu toppen ist schon schwer. Skrr, skrr. Der Gürtel-Schlag wird für dich teuer. Jetzt krieg ich einen blauen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr in den Packs drin hattet, Freunde. Ich hab dieses Ding nur gemacht, weil ich wirklich so viel gutes Zeug im Internet gesehen habe. Aber bei uns ist hier... Nur Scheiße. Immerhin 86er-Inform. Der Dritte. Drei. Da kann ja eigentlich nichts drin sein. Digger, 80er-Masielo. Und Marcelo hat geile Haare, das heißt Blitz-K-O. Ich wollte ganz ehrlich sagen, da kann nichts Geiles drin sein, wenn man da auch nur für 10 Goldspiele abgeben muss. Stabilo, Digga. Wir sind im Unentschieden, Digga. Ich hab mich schon so als sicherer Sieger gefühlt. Ich will den Gürtel nicht haben, Mann. Aber 89er-Modrich wäre mir lieber gewesen. Ach, nö, oder? Der ist jetzt in China, ne? Der win. Bitte, bitte, ey, push dich, Junge. Push dich nochmal. Ja, jetzt wird's wirklich eng. Jetzt wird's eng. Totz. Digga, allein, dass wir zwei 80er waren, Digga. Ist schon gut, ist schon gut. Ich gebe mir einfach jetzt einen Totz, einen Royce-Totz. Mehr will ich ja gar nicht. Ich verlang ja gar nicht mehr. Nur einen Royce-Totz, Digga. Nummer zwei wird rein pushen. Push dich. Digga, jetzt einen 89er. Gib mir einen Isco. Hier, Isco. Oder Modric. Oder Marega. Ja, stark auf Ehre. Digga, als ob. Als ob, Mann. Als ob. Komm, Junge. Push dich. Push dich. Ja, Digga. Ich will aber nicht. Fuck. Ich will nicht, dass irgend so ein Scheiß-Dreckspack entscheidet. Ich auch nicht. Ich habe mich so sicher gefühlt mit 88. Komm schon, Digga. Digga, ich habe den Zweitbesten. Es ist scheißegal. Es ist scheißegal. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Digga, ich habe den Zweitbesten. Äh, äh. Digga, ich habe den Zweitbesten. Hallo, ich habe den Zweitbesten. Ja, aber ich will nicht, dass du den Zweitbesten assoziiert. Das ist jetzt den Erstbesten. Ah, fuck, Mann. Digga, nein. Komm schon, bitte. Totz, Digga. Sick. 88er-Totz. Kann ich nicht. Das ist ja so ein 86er-Totz mindestens. Ja, ja. Ja, wir machen dann einfach nochmal zwei Player-Bix. Der ist entscheidend dann. Boah, Digga, okay. Komm schon, Totz. Mann! Komm, Junge. Ich will kein Gürtel, Digga. Ich will einfach nicht. 89er, komm schon. 90er, mir egal. Mann, Digga. Digga, ich will nicht diesen Drecksgürtel. Das ist das Letzte. Ja, Junge. Ja, Junge. Ja, Junge. Ja. So wird der Gürtel draufgefetzt. So wird der draufgefetzt, Junge. Boom. Li. Young. Ja, Mann. Ist das wichtig. Ist das wichtig, Junge. Maschallah, Junge. Maschallah, Junge. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerichtet. Es tut mir so leid. Aber ja, Digga. Das war, glaube ich, nicht das Erste. Digga, der hat 99 Punkt gehabt. Also Außenverteidiger ist eigentlich nicht schlecht. Let's go. Das letzte Pack, Digga. Er zieht in seinem letzten, einfachen Kopf. Also ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt schon wieder ein Totz kommt, ist sehr gering. Und wenn ein Totz kommt, dann wäre das echt zu krank. Aber es wird nicht... Gib mir ein Totz oder ein Gürtel einfach. Ja, ist korrekt. Totz oder Gürtel. Digga. Neuer Titel, Totz oder Gürtel. Wir sehen uns... Ach, Digga, es tut mir echt leid. Ich werde nicht so deutsch schlagen. Ich werde nicht so deutsch schlagen. Yo, yo, yo. I'm straight from Compton, man. Das Gürtel is nothing for me. Okay. Nein, nein, nein. Ich hoffe, ich war auch kein Gürtel. Let's go, Freunde. Smash die Likes. Eskaliert 35.000 Likes, Freunde. Checkt den zweiten Link in der Bestrafung ab. In der... In der Bestrafung? Okay. Oh, nein. Digga, ich schwöre, ich... Ich mach nicht so deutsch. Warte. Aber nett hier an den Eiern, weil ich... Ich mach hier so. Boah, soll ich das anspannen? Seid ihr ready? Drei, zwei, eins. Ich tue Pistik. Nein! Zwei, eins. Start! Start! Ja! Hat er sich so umgedreht? Oh, das ist ein Ticker. Das ist ein Ticker. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht, klar. Aber es hat schon ein bisschen gesmackt. Man sieht es hier. Man sieht es hier hinten, wo es am Ende angeschlagen ist. Leute, wenn es euch gefallen hat, smash den Like-Button. Wir sehen uns im nächsten Video. Wie gesagt, checkt die Links aus. Checkt das Video vom Boss hier ab. Oh, das ist ein Ticker. 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 Vielen Dank.